Ziemlich genau vor einem Monat haben wir euch das Haus in Neu-Ulm kurz vor der Fertigstellung gezeigt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr es hier in der Beschreibung nochmal anschauen. Und heute zeige ich euch, was sich seitdem alles getan hat. Wie hier in den Gemeinschaftsräumen. Dieser Raum war vor einem Monat noch komplett leer. Und heute ist es ein Raum zum Lernen und Entspannen, fast wie ein großes Wohnzimmer. Auch die Bar ist jetzt bereit für die ersten Willkommenspartys, wozu wir natürlich alle Bewohner ganz herzlich einladen. Musik Der Raum ist jetzt mit den Profigeräten von Matrix ausgestattet. Und egal ob ihr Ausdauer- oder Krafttraining machen wollt, hier ist für jeden was dabei. Jetzt sind die ersten Studenten schon eingezogen. Und wie ist das? Ja, das Haus ist fertig geworden und es ist alles sehr schön. Viele tolle Leute sind bereits eingezogen und ich freue mich auf die, die jetzt noch kommen. In den letzten Wochen wurde hier richtig viel geleistet. Und dass jeder sein Bestes gegeben hat, sieht man auch im Ergebnis. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020